Einen wunderschönen Freitagmittag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge LS19 Hinterkaifex zusammen mit der bezaubernden Lotte, dem Janek, dem Martin, dem Martin, dem Egi, dem Daniel und auch meiner Wenigkeitschönen guten Tag. Moin. Guten Tag. Guten Tag. Was? Moin. Guten Tag. Guten Tag. Meins, meins, meins. 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 Wir müssen da einmal wenden. Bitte wenden, bitte. Bitte wenden. Bett ein, was? Jaha. Abfahrer. Ich hab gedacht, dass er passt noch bei dem Janek rein. Nee. Der ist voll. Mäh. Mäh. So ist er schon. Stroh brauchen wir nicht, ne? Nee, ich hab auch Strohablage aus. Wir haben so viel Stroh, kann man so tot schmeißen. Ich bin mal auf dem Klaas, auf den, auf den neuen Klaas Trion gespannt, ey. Der sie so fahren lässt. Der ist ja wohl ein bisschen kleiner wie der Lektion, ne? So so im Zwischending, zwischen den Tucano und den... Ja, ich glaube. Irgendwie sowas. Ist ja auch rocken hier. So. Dann können wir gleich ein bisschen weiter machen. Warum haben wir Roggen angepflanzt? Ich weiß gar nicht mehr. Das war aus einer Freude. Ja, ich glaube auch, ne? Ja, ich meine, mittlerweile machen wir eh... eigentlich alles das, worauf wir gerade Bock haben. Kann ich das Ding mal hier irgendwie hochheben? Ja, genau. Spiel hochheben? Wieso ist das Spiel hochheben? Du hast V gedrückt, Leute. Vogelvog. Ahhhh, gucken sie. Gucken sie. Vogelvog. Geht doch immer schneller. Zack, fliegt sie da drüber. V wie Pferd, ne? Ja, genau. V wie Pferd. V wie Vögel. Oder... V wie Pferd, genau. V wie Pferd, genau. Vogel schreibt man ja auch mit PF jetzt. Ja. Ja. Vogel schreibt man jetzt auch mit PF. V... Vogel. Nein, Vogel. Kann jetzt jedes Bundesland für sich selbst entscheiden, oder was? Ah, ja. Alter, Alter, ey. Das wird nicht besser. Nee. Deswegen gibt's doch das Alphabet nicht mehr mit... männlichen und weiblichen Namen. Ja, das ist ja genauso. Das Gendergemache da, das ist ja... Ja, ja. Den brennt der hellen. Aber sowas an. Für mich ist das V immer noch ein Fick. Genau. Was musst du jetzt sagen? V wie Vaseline, oder? Nee, V wie... Irgendeine Stadt mit V. Das ist alles nur nach Städtenamen benannt jetzt. Velma. Ah. Zum Beispiel. V wie Frankfurt. V wie Fickenrode. V wie Fickenrode. Ja. Oh, mein Drescher. Marc. Das fällt hier nicht. Jetzt sagst du V wie Fechter und so... Hä? Was? Ist das ein Fechter? Jetzt ein Fechter nicht. Ich natürlich. Aber ja, ja. Es gibt doch Leute, die kennen das nicht. Ja, Pech. Fechter ist meins. Geh mal Fechter. Ja, genau. Geh mal Fechter. Ich würde zurückfahren, ja. Fahr zurück. 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 Du hast... Das Rohr von deinem Häcksler ist oben im Baumfest. Du kannst nicht vorwärts fahren. Das funktioniert. Glaub's mir. Glaub's mir. Glaub's mir. Glaub's mir. Das wird nix. Das tut nur weh. Oh. Du kannst nicht vorwärts fahren. Du kannst nicht vorwärts fahren. Ganz sachte. Ganz sachte rumwedeln lässt du. Ja, ja. Die nachschuldige Sendung ist aber... Aber ehrlich, ey. So war's von. Was ist das hier drin? Das war auch ganz lustig gewesen, weil der Yannick umso näher herangefahren ist und dann dreht sie auf einmal das Rohr dann genau in seine Richtung. Richtig. Das wird nicht besser. Yannick? Nein. Aus. Fui. 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 Na. Dankeschön. Er feiert sich ein. Aus. Fui. 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 Ewa. Geh weg. Lass was! Warum bleibt der jetzt stehen? Weil das kann. Fui. Ja, ich fahr doch. Nein, mein Trecker. Voll! Achso. Da hieß ja voll und nicht mehr voll, sondern voll. Genau. Mit PF. Mhm, genau. Gibt alles nur noch mit PF geschrieben. Vollposten. 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 Fertig. Man kann die mit PF, hä? Also, Egi, das muss ich dir nochmal erklären. Du bist ja Vollpfanne. Ja. Martin, Linger. Weiß. To. Fan. Fartig. 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 Schreiben wir jetzt auch mit PF. Ja, als man 14 noch mit O geschrieben hat, ne? Fartig. 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 Was kann ich dafür, dass ihr die Mittel nicht nutzt, die wir hier liegen haben? Ach so. Die waren da gewesen. Ja sicher. Stand doch hier unterm Abdach. Haben Sie die Schiebelding nicht genommen? Ne, die haben den Vorteiler nicht genutzt. Die waren nur im Schildzugang. 's protecting. Sorry bord. Miske.- Da macht's gar nichts mehr. War doch vorne, Schild hinten, Walze, oder nicht? Ja, wir haben doch auch den Silo-Verteiler Ja, aber den wollte Romy ja nicht Achso Oh, Romy Was willst du denn? Das sind halt typisch Sachsen Was willst du denn? Was willst du denn? Was willst du denn? Genau Hat gesagt langsam Genau Langsam Langsam Auch ein Gebotiger Sachse ist ein Sachse Ich bin ein Erdling Genau Ein Erdling Man weiß es nicht Ein Tauri wirst du Ein Tauri Tauri Wo kommt der denn weg? Von der Erde Tauri? Tauri Die Upe geht So nennen die Goa-Ult uns Achso Ja, das macht wohl Tauri 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 Ja, Besondheit Ja, Besondheit Weil du mal alle willst Ja Danke Verlangt Hallo Ich bin weggeschoben Entschuldigung Hallo Halt, Stopp Halt, Stopp Jetzt schreibe ich Ist auch so legendär Ja, der kämpft Der kämpft sich morgen auch mit dem Hammer Der kann da auch nichts Aber richtig böse Der blösten Klinger Der nimmt den 10 Kilo Vorschlag Ist so Halt, Stopp Jetzt rede ich Gefundene Fressen für RTL 2 Ja, ist echt so Das ist ja genau deren Niveau Was denn für ein Niveau? Ja, das ist das nicht aus der blauen Tube Achso Nee, wer Nee, wer Wie was? Das kannst du wirklich in den Niveaus nennen Was die da Nee Absolut nicht Aber das ist mittlerweile kein Sender mehr Es gibt aber genug Leute, die den Scheiß gucken Das ist ja das Schlimme Ja, das stimmt auch nicht Wo die die Einschaltquoten herholen Das freu ich mich Nicht umsonst heißt es Hartz IV TV, ne? Ist ja schon Hartz IV Premium Boah, Martin macht das ja richtig gut Jetzt lobe ihn doch nicht auch noch Doch Nee, wir versuchen ihn nicht zu loben Weil es kommt nicht gut Oder auch ein Das einfach noch hilft Oh Was gehört, Marty? Was? Dadurch, dass ich mich ja heute um Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Männer kümmern muss Wie ganz so Das verdammt gut Schaut's, Jungs? Oh, im Gottes Willen Ich dachte, sie spricht hier vom mürrischen, Martin Nein, nein Vom musikalischen Weißt du, das ist wie ein Ballett hier, was wir ja zaubern Nur deine Annalhusten, weil er da ein komisches Ziel von sich gibt, bist du nicht musikalisch, ne? Und ich weiß auch nicht, ob ich ihn im Tü-Tü sehen möchte Jetzt klingt magengeschwür Echt? Ist allein bei der Vorstellung Augenkrebs, ja Der letzte Baum ist jetzt gerade gefallen Ja, siehste, selbst die Bäume geben auf Gar nicht, stehen nur noch voll viele Bäume hier auf der Karte Ja, ich meine jetzt hier von denen, wo ihr da... Ne, wir waren das nicht Ich wollte gerade sagen, das war nicht unsere Baustelle Richtig Damit haben wir nichts zu tun War zu Wie wäre das dann verbrochen? Oh ja, ich nehme auch einen Ah, okay Ich nehme auch einen Egal was, ich nehme auch einen Wo muss er herkommen? Wir trinken gerade ein leckerer Rotweinchen Ah ja Oh Kianti Das um Mittagszeit Mit der Woche Mittagszeit Was? Da ist was los Ja, Sordom und Gemora, du So, mein Lieben Liebenden Und Nichtliebenden Und Lebenden Und Nichtlebenden Und Ach, was weiß ich War doch da nicht so ein Film von Tschüss Wir wünschen euch ein schönes Wochenende Genau, wir wünschen euch ein schönes Wochenende, ihr Lieben Schreibt gerne in die Kommentare Lasst gerne ein Däumchen nach oben da Und ja, schönes Wochenende Bis Montag Tschüss 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 Vielen Dank.